Herzlich willkommen zurück zu Simbinding of Isaac Rebirth. Wir machen heute eine Daily Challenge und zwar machen wir heute eine Daily Challenge mit, ich kann ihn nicht erkennen, ist das Azazel? Es ist Azazel, Curse of Darkness Basement 1. Okay, wir gucken mal, wir müssen bis zum Herzen kommen, das sehen wir an dem Zeichen links unter dem Schlüssel, das, äh, also da ist so ein Herz, das heißt wir müssen bis zum Amstheart kommen. Okay, Challenges sind, ähm, so gemacht, dass man immer hier so einen Score hat, der geht runter, wenn man länger nichts macht, also je mehr, weniger man macht im Spiel, umso weniger Punkte hat man dann halt. Und je schneller man ist, Farting Baby, Farts, okay, das klingt jetzt nicht so geil, umso mehr Punkte kriegt man halt und also ein Good Bims und die nehmen wir auch mit, die Wish Granted Hand. Und man will natürlich, ach ne, wir nehmen Isaacs Dead Hat mit, das ist ganz cool, ähm, und dann will man natürlich ein bisschen Ranking-Erfahrung teilen mit seiner Friendlist auf Steam, weil die sehen wir danach, wie die so abgeschnitten haben, das ist doch sehr gut. Wir haben hier auch einen guten Anfang, allerdings sind das natürlich gesiedete Runs, weil die relativ, also die müssen ja alle gleich sein, weil das ja sonst unfair wäre. Äh, ich hab keinen Schlüssel, find ich nicht so cool. Aber hier kommt überall Geld raus, what the fuck, okay. So, Schlüssel? Ja, hier kommt der Schlüssel raus, wahrscheinlich, wenn ich die Kiste öffne, krieg ich dafür in der nächsten Ebene keinen. Aber wir kriegen Geld und Luck ab, nice. So, wir haben Little Horn als Boss, der dürfte ja eigentlich kein Problem sein, weil wir ja auch nicht ins Loch fallen können eigentlich. Oder irre ich mich, können wir ins Loch fallen als Asserso? Alter, du bist doch ein... Guck mal, da ist ein Loch da hinten, Bug noch. Ey, jetzt ist es weg. HP ab und weiter. So. Einfach mal ein bisschen schnell machen hier. Schnell, schnell, schnell. So. Schlüssel, nice. Okay, dann ist der Itemraum schon mal safe. Du bist auch safe. Du bist ein Herz. Okay. Äh, Judas möchte ich nicht. Ab jetzt wird der Run... Was ist das? Betrayal, turn your enemy. Okay. Keine Ahnung, was das macht. Achso, sind die jetzt dauerhaft betört, oder? Oh. Nehmen wir auf. Nice. Äh, dies ist natürlich kacke. Muss der kommen. Äh. Nein, Lives ist natürlich super. Das ist das erste Guppy-Item. Was wir haben. Oh, ah. Wenn die mich anfassen werden, die... Ah, okay. So ein Touch-Item. Die mag ich ja nicht. Wenn mich der Gegner erst anfassen muss für einen Effekt, ist das immer so ein bisschen kacke. Finde ich. Weil, wenn der Gegner mich anfasst, heißt das immer Schaden nehmen. Dann ist das nicht gut. Hört nicht gern angefasst. So. Zack, zack, zack. Das Farting-Baby funktioniert wahrscheinlich so wie der andere Kumpel, der, wenn er getroffen wird, einfach furzt. Oder es furzt einfach random. Das kann natürlich auch sein. Alter. Das war dumm. Algis. Resistance. Das ist sehr gut. Und wir haben The Rock. Nehmen wir mit. Ähm. The Fool. Okay. Können wir uns merken. Aber ansonsten nehmen wir Resistance mit. Weil Resistance macht uns unverwundbar. Okay. So, was haben wir hier? Okay, das ist okay. Gehen wir rein. Die Kerze. Auch mitgenommen. Curse Immunity plus Evil ab. Das ist sehr schön. Ah, okay. Immer wenn ich Schaden bekomme. Egal auf welche Art und Weise. Werden die Gegner betört. Alles klar. Oh. Okay. Ähm. Dann muss ich oben nochmal kurz gucken. Dann muss ich nochmal gucken. Geheimraum kann ich nicht sein. Äh. Oh. Das will ich. Sears Options. Den Kompass will ich. Ähm. Und sonst brauche ich erstmal nix. Das ist eigentlich ein geiler Anfang. Bisher. Äh. Kann hier der Geheimraum sein? Ich hoffe einfach mal. Nein. Okay. Dann nicht. Da oben war ich drin. Dich müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Wir haben als Boss Rackman. Finde ich nicht so cool den Boss. Also nervig finde ich den. Aber. Kein Ding. Äh. Ich will. Das hier. Ich will. Das hier. Damage up. Auf jeden Fall. Könnte mir jetzt noch das Messer hier holen. Aber. Ne. Okay. Okay. Ich bin zufrieden. Und wir können vielleicht noch einen Boss. Boah. Wenn wir noch einen Boss Wasch machen in der Zeit. Haben wir eh krasse Punkte. Haben wir hier. Zwei Goldkisten. Das ist natürlich. Geil. So. Warte mal. Einfach schön sprengen. Auf Entfernung. So. Hier können blaue Herzen drin sein. Leider Gottes können hier blaue Herzen drin sein. Deswegen machen wir das. So. Wir haben Resistance. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh. Okay. Oh. Hinter mir sind rote Flammen. Challenge up. Möchte ich nicht. Bringt noch nichts. So an sich. So. So. Oh. Jawoll. Haben wir schon mal das zweite Guppy Item. Also es deutet alles darauf hin. Dass die Challenge am Ende als Guppy enden wird. So. So. Und Schlüssel nehme ich gerne. Dann gehen wir zum Item Raum. Machen wir hier einmal die Gegner futz. Und weiter. That's key. Opens all doors. Das ist natürlich auch nice. Damit sind auch Geheimräume gemeint. Deswegen habe ich den hier benutzt. War eigentlich unnötig. Aber. Er wird wahrscheinlich hier sein. Ich opfer das jetzt einfach mal. Ja. Ah nice. Hat sich gelohnt. Okay. Ähm. Ich weiß halt nicht ob ich die Ebene komplettieren soll. Das würde sich anbieten. Theoretisch. Oh. Ist nicht gestorben. Du platzt in Tränen. So. Okay. Hier haben wir dann auch nochmal einen Geheimraum oben. Würde ich jetzt einfach vermuten. Wir machen einfach den Boss erst. Pestilenz. Der Pesti. So. Weg. Ey. Nein. Oh. So. Wir haben Meat. Wir nehmen Meat. Damit könnten wir uns theoretisch Herzen machen. So. Der dash. Okay. Damage technisch sind wir voll. Wir haben eine Batterie. Okay. Wir haben halt ein gutes Setup irgendwie. Ich weiß nicht ob das so wirklich gesiedete Runs sind. Oder ob wir jetzt gerade richtig. Aber eigentlich müssen es gesiedete Runs sein. Du bist ja klein. Süß. Okay. Weil sonst ist das ja unfair. Wenn der eine dann so voll den krassen Run hat. I can see forever. Das ist natürlich sehr gut. Oh. Ich dachte das wären die Laserdinger. Das sind ja nur die Madenschießenden. Die Spinnen sind gerade ein bisschen nervig. So. Endlich. So. Gucken wir mal rein. Die Batterie. Wollen wir die schon mal mitnehmen? Aber können wir noch gar nicht. Okay. Dann lassen wir das. Wir nehmen aber eine Bombe mit. Und gehen weiter. So. Wir gehen jetzt hier durch den schnellen Weg. Und jetzt sehen wir auch ob da der Geheimraum ist. Dann brauche ich da keine Bombe für benutzen. Wäre sogar richtig gewesen. Oh nice. Alle falsch wahrscheinlich. Also alle scheiße. Was sind Perks? Full health. Range down. I can see forever. Ah. Perks. I can see forever nehme ich natürlich jetzt eher mit als. Als die Resistance. Die bringt mir grad ein bisschen mehr. So. I can see forever. Alter. Das ist wieder so ein geiler Raum. Aber mit einem scheiß Anfang muss ich leider sagen. Okay. Wir können ja mal eben hier nebenbei noch die Kisten öffnen. und hoffen, dass da mal irgendwo ein Schlüssel rauskommt. Vielleicht. Wäre mal ganz nett. Eigentlich. Ich kann die Münze wieder nicht aufsammeln. Was ist das für ein scheiß Bug? Ich hasse das. Passiert total oft. Oh. Ja. Fade. Bringt mir ein Herz mehr. Ähm. Ja. Finde ich jetzt aber kacke, dass ich... Moment. Was ist das? Verstehe ich es nicht. Das hatte ich schon mal. Man kann manche Sachen nicht aufsammeln. Aber es wurde schon getweetet vom Entwickler, dass es bald ein Patch gibt. Der einige Fehler behebt. Okay. Das ist nichts drin. Äh. Ich bin wunderhübsch. Sehe ich gerade. So. Ah. Ich habe alle Schlüssel verbraucht. Bin ich denn fertig in der Birne? Ich habe halt echt drauf gesetzt, dass aus der Kiste ich Schlüssel rauskomme. Aber ich hoffe einfach mal darauf, dass wir noch einen kriegen. Wenn ich mich dafür in den Shop reinspringen muss. Ah. Da ist er. So. Okay. Directed Tears. Gucken wir mal, ob die wirklich so directed sind. Okay. Das ist nett. Nice to have. So. Aua. Das ist tot weh. Die haben sich anscheinend jetzt alle selbst umgebracht. Ich habe den Geheimraum gesehen, gehört. Keine Ahnung. Aber ich habe mit, dass einer war. So. So. Ähm. Hier ist er. Also kann der doch in diesem Älteren sein. Okay. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Ach. Scheiße. So. Nein. Aus. Aus. So. Noch eine. Die Red. Nein. Nein. Ich will das hier haben. Ich will das. Ach. Scheiße. Ja. Liebt euch mal alle und tötet euch alle gegenseitig. Ist eh das Beste. Bringt bei euch glaube ich am wenigsten. Muss ich leider sagen. Nein. Nein. Justice. Äh. Nice. Kriegen wir direkt ein Level ab hier. So. Ja. Es sind Fliegen drin. Okay. Uh. Und. Kommst du? Ich will nicht zu dir, wenn du nicht zu mir kommst. So. So. Einmal alles zerstören hier. Ähm. Shop könnte man noch machen. Aber wir gehen jetzt einfach. Oh. Gott. Der spawnt immer in so einen drin. Das ist. Nicht nett. So. So. Wir haben ja Options. Oh. Beide nicht schlecht. Ich nehme aber. Toothpicks. Oh. Nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. Komm. Shot Speed will ich halt. Weil. Ich möchte halt. Schnell aufladen können. Deswegen habe ich das genommen. Wir können aber jetzt nochmal in den Shop gucken. Einfach nur so. Ob es. Ob es. Ob es noch irgendwie blaue Herzen gibt. Ja. Sogar die Kiste. Die wäre eigentlich nicht schlecht. Die wäre eigentlich sogar relativ cool. Will ich die Kiste? Damit kann ich meine Babys verdoppeln. Aber ich arbeite nicht damit. Aber ich habe es dann nur aufgehoben. Ach. Egal. Ich arbeite damit eigentlich nicht. Aber ich habe irgendwie ein Herz bekommen. Ach. Ich habe es mir ja gekauft. Okay. Schon gut. Vergiss meine Aussagen. Alles Bullshit. So. Geheimräume haben wir beide. Und weiter. Wie sieht es punktemäßig aus? 7000. Wir haben immer noch einen Bosswash offen. Wir sind gut dabei. Okay. Rechts ist so ein Challenge Room. Nice Brimstone Baby. Mach einfach auf. Für furzende Schokolade haben wir diesen Raum geöffnet. Ich bin stolz auf mich. Oh fuck. Oh fuck. Was war das denn jetzt? Okay. Mami Hände. Hoch die Hände. Wochenende. So. Ach. Da kommt noch eine. Ihr seid ja nicht schlimm. Da ihr nicht schießt. Wird ja nicht schlimm. So eine Bombe noch. Okay. Hat aber auch mal eben 2000 Punkte gegeben. Muss man ja mal sagen. Sehr gut. Hier wird ein Geheimraum sein. Oh. Einmal. Nice Monies. Luck up wieder. Sollte vielleicht in ein Arcade gehen, oder? Schon drei Luck ups. So. Oh. Weg mit dir. So. Hier ist ein Boss. Zweimal Slavl. Slavl die Slavl. So. Dann kriegen wir die Left Hand. Die wollen wir nicht. Ähm. Die Bücherei wäre ganz cool. Wir müssen einmal reinschauen. Was haben wir hier? Wanged Down. Die wollen wir eigentlich nicht haben. Äh. Temperance. Dugas. Temporary Invisibility. Okay. Dugas. Temperance. Ein Herz. Okay. Was hätte ich auch sonst erwartet aus so einer Herzmaschine? Ja. Dass sie diesen Schutz haben am Anfang. Okay. Gebt mir das. Nehm ich alles mit. Oh. Da kommen einige mehr. Da kommt noch eine. Oh Gott ey. So. TNT. Gebt mir das Bomben? Ne. Dann lass ich's liegen. Tut mir leid. Also ich hätt's auch so oder so liegen gelassen. Ich hätt nur die Bomben genommen. Ich wollte's einfach nochmal aufheben, damit ich Bomben liegen hätte können. Tut und tun. Wisst schon. So. Ah nein. Den kann man nicht killen. So. Aber den kann man killen. Oh. Ah. Die müssen ganz schnell weg. Die sind unangenehm. Ups. Das wollte ich nicht. Also doch. Wollte ich irgendwie schon. Bloß Herz. PhD. Hätt ich mir jetzt eh nicht leisten können. Okay. Alter. Was meint ihr denn hier? Wollte ich eigentlich auf Distanz haben? So. Okay. Die sind ja ungefährlich eigentlich. Die furzen ja auch nur. Kontrollbombe. Nice. Ach du groß, oh Gott. Zack. Was haben wir drin? Du bist nicht schlecht. Wenn ich nicht fliegen würde. Dann wärst du nicht schlecht. So. Erstmal die Hände weg machen. Und noch eine. Und noch eine. Nice. Noch fünf Hände vielleicht. So. Geld. Und zum Boss. Ist das schon Mann? Nein. Ich. Ich. Nicht du. Nicht du. I. I, 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 I. Du bist der ekligste Boss ever. Oh Gott. Bist du eklig. Alter. Bist du eklig. Oh nein. Ach Mann. Kam halt. Ich komm halt nicht dazu. Irgendwie. Keinen Schaden zu nehmen. Hallo. Meine Fresse ey. Ähm. Ich will das haben. Und daraus Herzen machen. Dankeschön. Viel zu viel Damage genommen. Äh. Itemraum rechts. Okay. Da müssen wir ganz schnell hin. Ist jetzt doof, dass der so getrennt ist. Von dem anderen. Ziel, was wir haben. Bossraum. Davon ist er halt mega weit weg. Müssen wir mega viel clean für. Mühe. So. Coole Sachen. Coole Sachen. So. Gehen wir hier lang. So. Fliege noch. Geld. Nice. Hat geklappt. Wie es sollte. Wir sind tot. I found Pills. Ist egal. Was haben wir hier drin? Zwei normale Kisten. Ach du Scheiße. Die verlieren Spinnen. Das ist nicht so cool. Oh. Das ist ein großer Bei. Der verliert sogar eine große Spinnen. Wird das auch. Ne. Doch nicht. Normal groß sind die. Oh. Nice. Nice. Was haben wir denn? Ansus. Ja. Brauch ich eigentlich nicht. Erst mal reingehen. Äh. Ja. Euphi blessed. Passt schon. Kannst du eh nicht rerollen. Von daher nehmen wir es mit. Ähm. Ansus. Judgment. Judgment. Komm. Gib mir Geld. Ach. Gib mir Geld. Gib mir ein Item. Komm. 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 Item. Ich spreng dich. Doch. Ansus Vision. Bla. Brauche ich nicht. So. Nehmen wir das noch mit. Und gehen weiter. Wir haben doch keine Zeit. Ich will doch den Bossfasch noch mitnehmen. Ich will doch High Points erreichen hier. Ach du Scheiße. Warum sind das denn die? Alter. Äh. Münzen. Wie. Keiner gestorben von denen. What the fuck? So. Herzen. Pille. Was ist das? Perks. Keine Ahnung. Perks klingt gut. Ähm. Geheimraum. Oh. Okay. Nice. Ich hätte den vielleicht doch nicht sprengen sollen. Es tut mir jetzt leid, dass ich den gesprengt habe. Im Shop. Im Shop wird nämlich Greed drin sein. Deswegen ist das eigentlich. Ach komm. Du mich auch. Du mich auch. Kack. So. Dann mal im Shop gucken. Ist doch nicht Greed drin. Ich bin begeistert. Aber es bringt mir auch nichts, was hier drin ist. Nice. So. Oh nein. Ach. Fuck you. Aber es ist schön. Da bleiben die stehen. Weil die nicht wissen, was die tun sollen. So. Hier ist der andere Geheimraum. Ähm. Fuck. Da kann ich jetzt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommen noch ein paar blaue Herzen raus. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Eins wenigstens. Mein Gott. Wie viel Luck-Up habe ich denn bitte bekommen, dass das jetzt nicht funktioniert? Also. Ich habe doch Luck-Up bekommen. Bringt das hier kein Glück oder was? Ich brauche ihn nicht. Ich habe hier gleich 30 Münzen eingezahlt. Eins wenigstens. Dankeschön. Komm. Jetzt zahle ich den Rest auch ein. Komm. 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 Was ist das? Shiny Rock. It shines for its brothers. Okay. Dann spreche ich dich jetzt. Hol mir die Kohle wieder. Die zwei Münzen. Aber wir haben das Trinket einmal aufgehoben. Ich weiß nämlich nicht, was es tut. So. So. Nochmal. Ach komm. Mami liebt mich. Wusste schon immer. So. Wir müssen zum Herzen. Dann ist es egal. Wir machen aber den Boss. Usch. Ich habe noch Zeit. Scheiße. Nein. Goddammit. Oh. Ich habe. Blast. Okay. Oh. Den Rock nehmen wir noch mit. Also den Kohle. Ach. Geh auf. Danke. Ähm. Was ist das da? Evil Eye. So. Jetzt machen wir noch. Le Bus Rouge. Würde ich sagen. Mal eben. Jetzt sind wir drin. Jetzt haben wir die Kacke am Dampfen. Kam der schon immer? Alter. Fuck you. Da springt er mir genau auf den Kopf. Aber genau. So. Oh. Danke. Mal chillen hier. Warten was kommt. Okay. Die. Was habe ich nochmal? Purity. Ach komm. Was? Der kam bis da rüber. Ach. Es ist Cage. Ach. Scheiße. Fuck you Cage. Fuck you. Stirb bitte sofort Cage. Danke. Ach komm. Ich werde den Boss auch nicht schaffen. Weil ich mich mega dumm anstelle. Oh. Nicht gut. Okay. Oh. Es ist Devil. The Devil Man. Devil Devil Evil Man. Wo ist er? Wie du triffst mich ey. So. Ach komm. Wo ist er jetzt? Wo ist sein Pferdchen da? Danke. Ah. Die mischen hart durch ey. Ich habe nicht gesehen welcher. Ist er bloat bei? War er bloat? Ne. Da war er nicht bloat. Der ist natürlich gemein. Dass er jetzt kommt. Wo ist er? Vor allem in dem Raum hier. Alter. Willst du mich verarschen? Okay. Okay. Wo ist das Gegenstück? Was kam da? Ah. Der Pesti. Gut. Dass ich das Brimstone Baby mitgenommen habe. So. Wieso habe ich Purity eigentlich mitgenommen? Fuck you. Natürlich ist es bloat. Natürlich ist ein bloat am Start. Ah. Danke. Oh Gott. Loat ist somit das Schlimmste was kommen kann eigentlich. So. Wie gesagt. Ich mache den Bossfash gerade zum ersten Mal. Alter. Alles klar. Okay. Könntest du bitte sterben? Gott. Es kommt. Was kommt. Was kommt. Oh nein. Es ist ein Engel. Okay. Und er. Okay. Nein. Du Sau. Du Pottsau. Oh. Purity gibt mir ein Herz zurück. Oh. Gott sei Dank ist der weg. Oh nein. Nicht die beiden. Was ist das denn für eine Kombi? Was ist das denn für eine Kombi? Bitte schön. Ach. Fuck you. Okay. Alter. Ist der Boss fast schwer geworden. Alter. Du gehst ja noch. Ich muss das Baby aufladen. Bin das Baby. Muss mich lieb haben. Oh Gott. Kann die Maske bitte sterben. Wenigstens schon mal. Ist sie jetzt tot? Nein. Jetzt tot. Wo ist die Maske? Ich habe Angst vor ihr. Da. Okay. Er ist weg. Okay. 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 Ganz tief durchatmet man jetzt. Gemini Brothers. Weiter oder nur? Weil wenn jetzt der Evil Bluowum. Wo ist Evil Bluowum? Ne. Ah okay. Der. Der wird natürlich jetzt auch eklig. Oh Gott. Einen Hit und ich bin weg. 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 Oh Gott. Du. Nein. Ich habe. Nein. Es ist aber nach der Zeit. Scheiße. Mann. Ich hätte es schaffen können. Wie viele kommen denn da? Also der ist eindeutig länger geworden. Na gut. Okay. Boss ist oben links. Okay. Ich bin nämlich jetzt schon über der Zeit. Das ist nämlich die Sache. Oh. Ich bin Gappi. Ne. Bin ich nicht. Gelogen. Aber ich kann mir mehr Herzen machen. Dankeschön. Was nehme ich denn da mit? Ne. Moment. Ich muss Gappi sein. Ich habe 9 Lives. Die Tatze. Und Gappi's Head. Ich muss Gappi sein. Aber ich sehe es nicht. Mach ich fliegen? Bin ich Gappi? Ich mach fliegen. Ich bin Gappi. Okay. Ich bin Gappi. Dann ist alles gut. Jetzt ist alles geklärt. Ah. Dass ich den Bossforsch nicht geschafft habe. Ärgert mich. Und eigentlich wäre ich ja jetzt auch tot. Aber da ich 9 Lives habe. Doch nicht. So. Richtig miese Aktion vom... Also der Bossforsch ist echt eine harte Nummer geworden. Muss ich den Bossforsch leider lassen? Ach du große... Was ist das schon wieder? Okay. Ist hier ein Stein mit... Genau ist es. Okay. Danke. Ich brauche Herzen. Was ein gemeiner Raum. Alter Vetter. Okay Boss. Daddy Long Legs. Tot. Ich nehm dich. Mach so. Dankeschön. Okay. Okay. Da lang. Gib. Gib. Nice. Nice. Äh. Einmal Boom. Ach. Das sind so Kack. Gegner. Ih. Mein Babyfurz. Das habe ich zum ersten Mal mitgekriegt jetzt. Muss ich das durch die Gegner durchziehen? Das ist ja ein komisches Baby. Komischen Fetisch. Ach die Masken. So. Ah okay. Glaube ich gerade überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay. Gehen wir mal hier lang. Guten Tag. Einmal durchmähen. Challenge ist nach der Ebene eh vorbei. Pax. Keine Ahnung was es bringt. Wie gesagt. So. Ey. Gib mir dir das. Yay. Dankeschön. Steinchen. Steinchen. Oh. Noch ein Damage ab zum Ende. Wie nett. Tot. Challenge complete. Ich bin Rang. 7229. Geil. Ich hätte noch weiterkommen können wahrscheinlich mit Level 10 und so. Ich bin wahrscheinlich viel zu früh rausgegangen. Moment. Äh. Friends. Von den Leuten muss man eine Ranklist. Gehör ich zu den Besten. Ähm. Warte mal. Es schien nicht Level 8. Ach so. Okay. Es scheint nicht mehr mit Level 10 zu geben. Okay. Ich bin zufrieden. War eine schöne Challenge. Wir sehen uns im nächsten Part von The Banding of Isaac Afterbirth. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.